was sie den letzten zehn jahren war ein single player spiel gekauft ja das habe ich ja genau also nicht die wiese gehen wir da drunter hin wo die gebäude sind ich hole mir das fahrzeug da unten und fahre ich hin und 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 Die sind halt zum Glück, wie ich nicht gestorben Die scheiß Masten sind halt da zum Glück, wie ich nicht gestorben Ja, ja Ja, gebrochen dreimal Der ist hier drinne Der grün Ich bin hinter ihm Boah, bist du kaputt? Oh man Ich war alleine Brauchst du die Waffe? Ich hab noch stark, kannst du haben Bist du auf mich? Süden? Ja Ja Geh kurz in Deckung Rüstung kaputt Ja, beide Rüstung kaputt Na ja, ich bin down Ich hab nichts auf range Ich bin jetzt doch ganz Beide hinter ihm Noch ein Wipe 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 Kannst du mir 500 geben für den Selfback? Äh ja Ja Im Shop hier Danke Sein PC ist irgendwas mächtig faul ey Oh ne Scheiße Seine Soundbugs ohne Ende und Keine Ahnung ey Ich kann dir noch mal geben, Roger Ich hab wieder was gekauft Ich hab ein Rifal hier Du brauchst du Geld für den Zephyrus? Ja, ich würd'n'n nehmen, 2000 bräuchte ich Weißt du das? Naja, genau, 2000 Alter, es stimmt echt was hier nicht bei mir Weißt du, grad eben, ich guckst du, ich hab 1400 Woll' gucken, ob ich noch was droppen kann Dann stand bei mir 1200 könnte ich droppen, obwohl ich nur 1400 hab Dann hab' ich gedrückt und dann ging's auf null Das ist nun kaputt Zwei Gegner hier Zwei Gegner hier Er ist da, slow, der langgeschossen Down mit der Chaplin Down Der andere noch oben auf dem Dach, glaub ich Ach nee, Quatsch, der ist nicht mehr auf dem Dach Der ist schon unten, unten Nein Nicht mehr auf dem Dach Unten, unten Noch nicht Ich hab Zeit, klar Ich hab keine AR-Armoney mehr Wenn du zu mir kommst, kann ich dir wissen was gehen Ich geh mal da gucken bei einem Toten Hab vielleicht noch was gehabt? Ich bin schon drüber gelaufen, der hatte nur 1000 Dollar oder so Nee, nicht mal 1000 Ey, Harmony, ich hab minus 11 Danke Danke Ich hab's versucht Bei den einen, ne, ich hab den nur so ein Pixel gesehen So zwischen so Bäumeästen, ey Direkt headshot So nice Ist das close? Na, ist er an Ich glaub der Typ ist gerammt Ja Aber dann hätt ich's ja eventuell gesehen, wenn er nicht grad nach Süden gerannt ist Oh, der ist er wahrscheinlich Aber dann hättest du's doch sehen müssen, oder nicht? Nee, nee, nee Ich hatte keinen Glück auf den Hier geht's ja bergrunner Hätt ich nicht gesehen Achso Ich sei in der Sitzung im Haus noch, aber da geh ich nicht rein Ich mach's Geld 4 immer grün, oder gibt's da bessere und schlechtere C4? Nee, immer grün auch gelootet die Leiter, wie groß die ist wollen wir die Bounty da vorne aufnehmen? die selbe, die ich habe? die gleiche selbe? nein, die gleiche hast du ein bisschen Sniper Money? ja danke in real life wäre es doch die gleiche aber im game ist es die selbe das ist genau gleiche das ist ein Symbol ich bin kleiner bereit sie laufen unter der Brücke sie laufen unten durch die Brücke der anderen Seite wir sind schon oben mittlerweile ja 4200 da hinten 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 pass auf hinten drin vielleicht kommen die anderen ja jetzt zurück vielleicht kommen die anderen ja jetzt zurück ja kann der mir Deckung geben wenn ich rüber los ja hier ist alles ok boah schiste von hinten die anderen von dir aus wirst du nicht kaputt gemacht dann ja das war wild glaube ich ja ich habe mich auch hier ich habe mich auch hier ich warte mal aufs nächste update vom ja er ist nach rechts gelaufen das gefährliche durch ja ohne scheiße wir müssen sowieso ja jetzt müsste er vorne sein hier lauf mal hier außen rum ich gehe nicht durchs Gebäude ja ja wir gehen vielleicht zum Heli da oben ist ein Heli hat sich jetzt schon länger nicht mehr weg der Punkt ich war hier noch nie ja wir müssen rennen ja es ist sowieso nur noch ein halber kreis das wird eng mit sich oh ja schon 3 ach ne schon gut ich habe wohl nie gefunden das kann ja hier ein bisschen abfangen wenn wir erstmal oben sind ich werde die fliegen wow auto 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 von hinten wo wir gerade her kam auto wo kamen die schüsse kann das jemand sagen da hinten da hinten er wollte auf mich was war die bounty hat der noch was ja ich weiß ne ich habe die alle aufgesammelt ok da hinten der sniper muss gleich kommen wer ist da ich hab die bounty nur weg gemacht ach so aber ich glaube das war der der gesnipet hat nein 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 ist da troffen einmal geht dahin schießt auf mich und noch jemand anderen ich hab den sniper down ich hab den sniper down ich hab den sniper down der 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 ist aber schon weiter geraten ne ich bin der 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 Links oder mehr rechts halten? Ich glaube links Und auch direkt hier durch, ich weiß nicht Gulag ist noch offen, kann sein, dass die gleich wieder kommen Naja, stimmt Da kam vorne jemand NW in der Luft Ja, ich wollte ihn auch markieren Eine Buying Station, machen wir hin Gefährlich aber Naja, ich kauf nochmal einen Selfress Jetzt habe ich auch keine mehr Würde ich gerne wissen, ist die oben oder vor dem Haus? Zwischen den zwei Hälte Ach, die ist hier Oh, hier ist jemand, hier ist jemand Ich, ich muss hier weg, ich mach das mit dem Der ist zwar down, aber Ja, ich habe ihn weggemacht Ich kauf UAV und mach gleich noch einen rein Also, mach ihn gleich rein Okay Gasmaske hin Der teammate, kann sein, dass der kommt, ne? Ja Ja, da ist einer rechts vorne Bei dir Ja, ich sehe es auf dem UAV aber Er rennt, er rennt, er liegt weiter weg Oh, ich komme nicht aus diesem Drecksmenü raus Oh Gott, ey Oah, Gott, ey Down Toll ich mir gerade platten kaufen, zwei Volken a Ich bin nicht bei euch Ich bin nicht bei euch Da einer markiert Oh Mann, ich bin da Wipe Ja, vom Dach Ja, kauf ihn, kauf ihn, kauf ihn zurück. Oder Gulag. Bist du ein Gulag? Äh, ja. Schau dir. Oh, fuck, ich muss jetzt rennen. Kann ich dann einmal kaufen jetzt. Ich weiß, dass man nicht einfach aufs Gulag verzichten kann, dann könnte man sich sofort reinkommen. Ich hab noch ein UAV für alle Fälle. Die sind auf dem Dach, runtergesprungen. Oh, Herr Schott, ich hab ihn. Wir sind in unsere Richtung geschwungen, irgendwo da vielleicht jetzt. Ich seh jemanden da hinten. Kannst du mithalten? Ich fang, ich fang, wenn ich die gleich hier an der Seite sehe. Beißer. Schade. Beine. Rüstung kaputt. Läuft er weiter? Ja, der ist wieder nach hinten gegangen, als ich seine Rüstung kaputt gemacht hab. Der ist im Rauch drinne. Der ist im Rauch drinne, ich hol den Husten. Hab ihn. Ja, ich glaub, der ist down. Ja, er ist down. So. Nein, der war jetzt genau auf meiner Leiche. Der kommt von rechts bei euch irgendwo. Wir müssen selber ein bisschen rennen. Ja, so ist nicht so schnell. Wart noch ein bisschen auf dem Adam. Weil rechts von uns waren auch welche. Das ist schon... Oh, nice. Die würde ich schon noch schneller einsammeln. Wenn du ne Gasmaske hast, homach. Hab ich. Hab ich. Kling noch so. Das ist mein Thermalsicht, Alter. Fängig, ne? Oh, da hinten. Alles da. Warte, gerade unten in der Tür. Kann sein, dass er so hoch geht. Warte, um? Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Rauch ist zu dick bei mir. Ja, bei mir auch jetzt. Ich sehe auch nichts mehr. Das Haus ist noch... Geht aber teilweise immer wieder weg. Da hinten ist was. Ich würde nicht schießen. Ne, ich schieße nicht. Ich warte jetzt erstmal, weil hier im gelben Haus bestimmt einer ist. Auto fährt weg neben uns, siehst du? Ja, ich kann nichts machen. Ja, ich sag's noch. Der ist gelaufen. Hier, ich würde es gerne laufen. Alle laufen, die laufen, ja. Mach dich bereit, gleich zu schießen. Ich sehe sie. Wipe. Nice, down. Alles klar. Lass mal kurz zum Roger kommen. Koch Geld, ich brauch Geld. Ich hab doch genug. So, ja, dann beilig. Gibt mir mal Deckung. Ich hoffe, jetzt kennt mich jetzt keiner hier. Vielleicht bleibst du dann erstmal in der Luft und, äh. Soll ich? Bis wir, bis wir irgendwie... Achso, ja, dann mach. Ich wollte sagen, bis du irgendwo an Waffen drankommen kannst. Vielleicht können wir irgendjemanden killen oder so. Ja, hier liegt noch ein paar Waffen. Was schafft der denn? Ich hab noch ein bisschen was. Achso, scheiße. Oh, man. Oh, fuck. Ich hab eine Star gefunden. Nein. Eine Bounty würde ich nehmen. Oh, das ganze scheiß Squad da. Ich komm nicht bis zur Geistmaske. Fuck. Schau mal. Wir spielen hier. Darf ich einen Mag, äh, AR-Money? Kann ich dir auch gleich geben. Schon gegeben. Ich bin mir nicht sicher, ob da einer ist. Da leuchtet es bei mir. Doch, da ist einer. Da sind zwei. Rechts kommt die Bounty näher, glaub ich. Wollen wir hier also erstmal liegen bleiben? Ja. Können die uns, glaub ich, nicht sehen. Ich seh sie, ich seh sie da ganz hinten laufen. Äh, 288 und laufen nach rechts. Irgendwo da, ja. Ich seh sie nämlich nicht mehr. Ja. Oh ja, okay. Bounty direkt auf mich gefolgt. Ich kann den nicht sehen. Brauche es zu dick. Ich seh's auch nicht. Down, nice. Muss heilen, muss heilen. Dem einen hab ich die Rüstung kaputt gemacht, der war da hinten. Wer gemacht. War aber nicht die Bounty, oder? Ne. Ne, einer, ich geh da kurz hin. Oh, ich weiß, das ist eine schlechte Idee, aber ich hab keinen. No shit. 20 Sekunden müssen wir uns bewegen. Lass deinen links am Kreis hinlang, glaube ich. Dann kommt. Der wartet da auch irgendwo am Rand. Ja, ja. Hab ich ne Javelin? Ne, hab ich ne loadout. Jan, gib mir 30 Schuss. Drop einfach. Bounty Target down, okay. Bei den Fallschirm und demnach krieg ich ganz. Gib ein Torch. Und das ist die einzige, die es noch gibt. Okay, das wird nix. Gut, ich hab keinen Self-Rust. Die hat's nicht. Haben wir die Rüstung getroffen. Wo schießt ihr hin? Jan, da oben, Sniper! Am Dach. Am Hügel. Alles gleich, seh ich. Seh ich. Zickzack laufen, dann trifft er nicht. Hat mich nicht, ja. Oh, da sind ja wieder drei Sniper oder so, ey. Ja, das war's, glaube ich. Von meiner Seite. Machen wir richtig weg, ey. Ich muss erst mal in die Zone. Ja, ich muss erst mal. Oh! Einer wischt. Ich komm hier nicht rein. Wir müssen in die Zone. In die Zone! Ja, ich hab Gasmaske, aber ich dachte, ich wär da drin schon. Einfach oben links sind wahrscheinlich das größte. Nee. Okay. Rüstung ist down von ihm. Ich muss nicht, ob wir wirklich da hochpushen können oder sollen. Uff, wechsel. Oh. Fuck, der hat mich schon wieder. Renate. Boah! Okay. Rüstung down von ihm. Hat sich zurückgelapft. Versucht, zurückzukriechen. Jan, komm mit, komm mit, Jan, komm mit. Jan, komm mit, komm mit! Ich laufe hier unten entlang. Goodbye. Sorry, Roger. Nee, ist okay. Ja, die Grenade, Alter. Oh, Junge, ey. Sniper fliegt auf mich. Oh, hier ist jemand, Alter! Oh, ich hab ihn. Alter, der lag da einfach ganz ruhig. Und? Ich hab keine Plates mehr. Ich hab keine Plates mehr. Ich hab eine Plate, hab ich noch. Ich geb die mir. Aber hier liegt Zeug, vielleicht ist hier was. Cluster Strike. Scheiße. Erstrike. Ich hab ein Cluster Strike auf die gemacht. Das ist zwei down, zwei down! What? Nice, nice. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ui, 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 Ui. Run. Nice. Noll. Alter, der Cluster Strike hat das ganze Team geholt. Da war's. So年. Soidos. die waren schon wahrscheinlich alle drei wieder am snipe was ist mit dem letzten passiert was hat denn gekillt weiß nicht